Freundschaft! Unser Gruß, den wir hinter der Bühne immer kurz vor dem Konzert machen, wenn wir uns sammeln mit unserer Band zusammen und uns ewige Freundschaft schwören. Das fällt mir als erstes ein zu Freundschaften. Sogar unser Schlachtruf ist Freundschaft. Das ist uns sehr wichtig. Das ist schon die Basis allen unseres Schaffens letzten Endes. Ich glaube, dass Freundschaft wirklich auch selten ist. Eine beständige, seltene Sache. Ein lang anhaltendes Gut, mit dem man genauso wenig leichtfertig umgehen sollte wie mit Liebe. Achtung, Foto! Wundervoll. Jetzt eins mit mir. Wenn euch an Freundschaft auch so viel liegt wie uns, dann macht mit beim Nintendo 3DS-Fotowettbewerb. Mach einen Fotoroman mit Fotos mit deinem 3DS und fotografiere deine Freundschaftsgeschichte. Und wenn du das gut genug machst, dann gewinnst du ein Meet & Greet beim Schlusskonzert der Fantastischen Theater für dich mit noch Fantasie 2011 am 22.12. und triffst uns höchstpersönlich. Komplett mit Champagnerprogrammen. Weitere Infos auf Nintendo.de. Hast du Champagner gesagt? Hab ich gesagt. Smile! Hab ich das gesagt oder hab ich es nur gedacht?